Musik Obwohl der Waterton Lakes Nationalpark im Süden Albertas einer der ältesten kanadischen Nationalparks ist, ist er immer noch ein Geheimtipp. Bereits die Anreise ist ein besonderes Erlebnis, weil auf dieser Strecke der Übergang der sanft geschwungenen Prärie in die Rocky Mountains am beeindruckendsten ist. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir befinden uns hier im Waterton Lakes National Park im Süden von Alberta. Dieser National Park ist ein sehr kleiner, wahrscheinlich einer der kleinsten, dafür aber nicht minder interessantesten Parks in Kanada. Wir stehen hier vor einer ganz besonderen Kulisse aus hohen Bergen mit wunderschönem See und den sich verfärbenden Lauf nun im Herbst. Eine Sache ist hier, die nicht so ganz leicht ist. Man wird hier fast von hinten davon getragen. Aber das macht den Tag hier wirklich besonders. Und das macht den Tag hier wirklich besonders. Waterton ist der Nationalpark für Wildbeobachtungen. Auf kleinstem Raum findet man eine Vielzahl von Vögeln, Hirsche, Bisons in einem Gehege, Bären und Vapitis. Die sehr scheuen Wölfe und Pumas wird man leider kaum zu Gesicht bekommen. Aber vielleicht ihre Spuren. Aber gleich hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.